Alle Kinder, habt ihr gerade gesehen, was die für ein lustiges Spiel gespielt haben? Das heißt Konzentration und das kann man zu zwei spielen, aber auch zu mehr, das zeigen wir später und Klara und ich, wir erklären euch jetzt, wie es funktioniert. Also, jeder macht eine Hand nach oben und eine Hand nach unten und dann macht man eins, zwei, klatsch, klatsch, klatsch. Eins, drei, klatsch, 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 eins, zwei, klatsch, klatsch, klatsch. Genau, so geht das eigentlich das ganze Spiel, nur kommt jetzt nämlich die Schwierigkeit, man muss dazu auch noch sprechen und sich schnell etwas einfallen lassen. Stimmt's? Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Also, das Spiel beginnt so. Konzentration. Lass uns spielen. Keine Wiederholungen und kein Zögern. Du fängst an und ich folge. Kategorie ist... Namen. Okay. Lisa. Zitra. Maria. Clara. Till. Claire. Super. Und ihr seht, so geht es immer weiter, bis man entweder einen Fehler macht oder zu lange zögert oder eine Wiederholung macht. Dann hat man sozusagen verloren und dann muss man von neuem anfangen. Und deswegen sagt man auch am Anfang, sagt man ja, keine Wiederholungen und kein Zögern. Und dann sagt man immer, wer anfängt, entweder ich fang an oder du fängst an und ich folge. Und dann darf man sich eine Kategorie aussuchen. Zum Beispiel, was kann man da alles machen? Süßigkeiten, Tiere, Namen, Länder, Städte. Also es gibt halt auch immer schwierige und weich zu machen. Also man kann sich da eigentlich alles einfallen lassen, was man möchte. Wir probieren es gleich nochmal, oder? Konzentration. Lass uns spielen. Keine Wiederholungen und kein Zögern. Ich fang an und du folgst. Kategorie ist Länder. Österreich. Deutschland. Spanien. Gott. Ah! Diese Spielkonzentration, das kann man nicht nur zu zweit spielen, sondern auch zu dritt oder sogar noch mehr Leute. Zu viert, zu fünft, egal wie viele. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie man das zu dritt spielen kann. Seid ihr bereit? Ja. Ich fang an, okay? Okay. Konzentration. Lasst uns spielen. Keine Wiederholungen. Und kein Zögern. Zieht ja fangen an. Und ihr folgt. Kategorie ist Getränke, Milch, Lomonade, Apfelsaft, Wasser, Orangensaft, Cola, Toplaft, Coca-Cola. Ja. Also wir haben das Spiel zum Beispiel unserem Freund in der Schule gezeigt und wir spielen das auch richtig gerne. Also dann, wir hoffen, ihr habt auch viel Spaß damit, wenn ihr das spielt mit euren Freunden zu Hause oder Mama oder Papa oder sonst wem. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.